erst mal wieder schnelle bewegung hier und wir müssen hier 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 ich hab doch was reingehört wenn man so ein bisschen gedanken noch woanders wird noch verlegt wie und was gesehen hat und darf dir nicht träumen ich kann ja jetzt auch wir haben noch nicht alle weg aber hier sind die Dörfer sind wir ein bisschen falsch gelaufen hier sind die Dörfer sind wir hier rüber ok neunzig machen wir noch Gummi Feuer können wir nehmen und nicht stehlen vor allem ist es warm wenn man da hingeht nicht mehr die Dörfer nicht mehr nicht mehr sondern nicht mehr die Dörfer nicht mehr die Dörfer das ist vor allem nicht unser ich kenne ihr sicherheitssystem diese schutz und gehen und so einstellen dass monster aus dem bunker neben dem anrausblock ein extrem seltenes material mit dem man angeschlossene elektronische die lauten geräusche aus dem lautsche locken die monster aus dem alten bunker in der nähe baue verteidigungsmaßnahmen um sich auf den anströmen der horde vorzubereiten entdeckte alle monster bevor sie den lautsprecher erreichen das bauwerkzeug und stelle es her baue einen mg-turm aktiviere den lautsprecher töte den punkte die punkte mit dem bunker geschützt und ladeschacht ich mich aber noch nicht schutzraum lautsprecher ja die kann man leider noch nicht bauen bei denen kann man doch bestimmt dann einlagern weil wir sind doch nicht unbedingt soweit dass wir das nutzen können da haben wir mich nicht wohl dabei gewesen wir können ja eigentlich nicht irgendwie rausnehmen wenn ich mir nicht mehr sicher bin wie viele wir da noch haben da sind so leicht da sind so leicht brauchen wir dann auf jeden fall später wieder komisieren ich möchte nicht weiter also nicht weiter zu was die dichtung die die elektronik verfeuchtigkeit schützen sollten waren fehlerhaft zu hast sowohl die dichtung als auch die innenneben des terminals repariert wir öffnen terminal für mauerkontroll.ro hier ist auch das ist eklig das tut ja so eins ist das hier das müsste eklig sein das ist die sie das äh das die Sache ist jetzt... boah da wartet uns hier alles ah das ist alles noch nicht gut das ist noch nicht gut hier ist noch nicht Zumi ist gerade ein Mangel... oh 31 55 gut und der Baum ist hier hinten da ganz hinten da ist unten einer oben ist einer hier kommen wir ja nicht lang ne das ist okay naja wir haben überall Terminiersteam reparieren müssen das ist von daher ich könnte nicht schief gehen hm Reisekuss auf dem Boden liegt eine einsame Seite aus allen Notizen darauf steht, dass ein Gast sich angeblich verdächtig benimmt sie wurde beobachtet sie mit Wertsachen hantiert hat vielleicht sogar sie bis heute im Büro des Models sollten sich hier alle Unterlagen für Gästen und Zimmern befinden suche im Büro des Models nach der Zimmernummer finde die richtige Nummer und suche es nach Wertsachen ja also warum nicht ja also nö die Spocker sind hier ne lust auf die Spocker ne lust auf die Spocker klingt aber auch nicht viel besser wie man sieht klingt aber auch nicht viel besser einen schritt zu nah ran und das war's das war's Prämm Das ist dick. Ich bin nicht mehr bei mir. Eine Blündertruppe. Stehlen sie ihre Nacken nicht. Jaja, irgendwie kann ich das jetzt verstehen. Okay. Irgendwie durchs Haus so durch. Ja. Würde gerne dahin. So, toll. Wackelkäfer. 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 Weiß nicht, wie ich das jetzt werten soll. Wackelkäfer. 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 wie auch angeboten ich kann wieder nach oben hin ich bin da nicht hier hier ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da Ich bin auf der Waffe, ich bin auf der Waffe, ich bin auf der Waffe. Die Autos kommen halt schlecht durch. Das hier abschließt nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Autos sind dann auch nur Stahl. Und Stahl ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht. Ich hab jetzt nicht so gedacht. Damit ist mir Stahl gerade so richtig egal geworden. Auch nicht. Okay. Sollen wir rechts rein? Was ist das? Was ist das? Was ist das? & & & & & Oh Vor allem wenn ich die Brücke weg mache Boah ist weg Das wäre nicht sinnvoll Ach Mist aber auch Die Brücke ist natürlich von der anderen Seite Da kann man da gar nicht ran Hier unten ist aber Ich glaube unten ist eine Brücke Hier Aber eigentlich hier so am äußerenrand Es sieht einfach schön aus Hier 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 Wo Hier Hier Ich bin möchte eigentlich nur schnell hier so machen ja momentan auch noch ein haufen freundliche und einländer mitteilungen die eine zuflucht versprechen vielleicht gibt es dann noch andere menschen alle werden gerettet alle werden gerettet ich trau den nicht ich trau den nicht überhaupt aber irgendwie, ja, bewegt der lösung ist nahe ja das war gemein das war richtig hinterrückt wo müsste ich denn hier also wir haben erlösung erfahren vielleicht nicht auf diese weise wie wir wollten aber wir wurden erlöst man hat wirklich so anerkennt, wir wurden erlöst wenn ich die erhoffe dann 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 ist das gemein das ende deiner erleichternden wanderung irgendwie müssen wir ja hier ist er da oben zuvor für alle die herkommen die tag fällt aus sicher aus aber auch den das ist ein bauernhaus das sieht nicht zu einladen aus ich sollte mir einen Weg reinsuchen und mich genauer umschauen ja, ein Weg da rein und mich genauer umschauen der verstörte Verfolger wir hätten rasten sollen wir haben hier gerastet der verstörte also Schutz bietet der Hof definitiv nicht und wir kommen aber damit auch zum ich bin 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 ich bin